Immer wieder und irgendwie schön, Gutweierhof in Radolfzell, Böhringen. An diesem von der Natur gesegneten Platze hat sich wieder mal die Reitelite Europas getroffen, am Osterwochenende 2022 zum inzwischen 17. Male. Donnerstag und Freitag war Tresur und am Samstag waren wir beim Geländeritt mit der Kamera dabei, um Landschaft und Natur, Ross und Reiter sowie das Ambiente zu genießen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020